Hallo ihr Lieben, euer Gäste hier und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Chrono Trigger. Wir sind in der Steinzeit. 65 Millionen Jahre vor Christus. Ihr habt es richtig gehört. Ihr hört es wahrscheinlich schon in der Musik. Steinzeit. Da steht es. Wir sind in der Steinzeit. Hier sollen wir noch gar nicht sein. Wir sollen eigentlich nach Medina. Sander-Zeit-Epoche. Aber ich dachte mir so, schwere Gegner. Extra-Challenge. Ein paar coole, starke Gegenstände schon mal mitnehmen. Warum nicht? Also dieser Gegner, der ein Affe und Dämon gleichzeitig ist, von denen habe ich richtig Angst. Der ist so brutal. Stärkster Gegner bist du ja wahrscheinlich so stark wie ein Boss. Gruftaffer ist der. Wir sollten auf jeden Fall jetzt mit den Zaubern arbeiten. Alles auf den. Der muss vernichtet werden. Der ist echt brutal. Wie viel Energie hat der? Ich habe nicht drauf... Ich habe nicht so viel versprochen. Definitiv nicht. Oder ist der gegen Magie? Nun, das stimmt ja was nicht. 38. Also ein Blitz... Ein Blitz-Element lag es jetzt nicht. Feuer vielleicht? Ne. No Chance. 64 Schaden. Wir sollten hier nur nicht sein. 55. Alles klar. Konter 130. Let's go. Okay. Nahkampf also. 436 Leben. Goodbye. Yes. Der Gruftaffer ist vernichtet. I love it. Und? Was machen die hier so? Schiss. Finde ich ziemlich beschissen. Was machen die da jetzt sehr aktiv? Jetzt hat es ein Vulkan geworden. Ziemlich beschissene Gegner. Die schissen es. Was soll das? Die machen doch gar nichts. Ich glaube, jetzt werden die aktiv. Ja. Und dann können die angreifen. Irgendwann, wenn man zu lange wartet. Und komischerweise kann der Affe die auch nehmen und auf uns schmeißen. Weil es Geschosse missbrauchen. Und das macht dann über 100 Schaden oder so. Echt nicht witzig. Zahn erhalten. Hoffentlich den Zahn von den Gruftaffen. Ich will ihn leiden sehen. Ich will ihn heulen sehen. Ich will ihn finseln sehen. Ich bin schon ein bisschen masochistisch. Ne, sadistisch veranlagt. Masochistisch eher nichts. So. Weiter geht's. Ich stehe nicht so auf Schmerzen. Müsst ihr wissen. Aber wenn andere leiden, ergötze mich an diesen Leid. Und vor allem, wenn es Gegner aus Videospielen sind. Eigentlich nur dann Orion Rex. 327 Leben. Schadens Output. Absolut crazy. Wir sollten hier noch nicht sein. Die Gegner sind komplett von allen anderen Sternen. Das ist echt nicht witzig. Aber wenn Krono crittet, sind auch diese Gegner tatsächlich gar nicht so brutal. 104. Ich glaube, das war auch ein Crit. Los, Crit. Nein. 17 Nummer 69. Nein. 100 haben. Ich kann jetzt noch jeden Kampf heilen. So brutal ist es hier mittlerweile. Und goodbye. Also man kann das schon schaffen, ne? Ich gehe hier bei jedem Kampf als Siegerin hervor. Und level up, level up, level up. Let's Part auch schon. Aber zum Leveln ist der Ort fantastisch. Gut, dass wir Tonics gekauft haben. I guess. Gott, ist das unwitzig. Einmal etamiert. Die Musik ist doch fantastisch. Gruftaffe? Gruftaffe? Kein Gruftaffe? I love it. Tonic mit. Kein Gruftaffe? Super. Aber die sind erwacht, oder was? Nee, sind sie nicht. Bei den Gegnern ist der Trick, die Angriffe alle auf den gleichen Gegner zu setzen. Damit die anderen nicht erwachen und das heute nach und nach ausschalten. Dann sind die wirklich gefährlich. Wie gesagt, die sehen halt aus wie so ein Vulkan. Und die können, meine ich, auch ausbrechen. So ein Feuer-Magma-Angriff, der auf alle geht. Meine ich. Wie beim Intro von Lost Audio sehe. Irgendwie möchte ich euch das zeigen. Ja. Wir kommen eh nicht hoch. Aber andererseits habe ich auch Angst, weil ich sagen würde, die sind echt nicht so stark. Also. Wenn wir das jetzt mit den Gruftaffen vergleichen. I'm out. Das ist echt der Killer. Schwerste Gegner bisher. 500 Energie. Macht fast 100 Schaden. Uncool. Definitiv uncool. Der heißt jetzt nicht Schiss. Der heißt Pranohö oder was? Hä? Ich verstehe jetzt nicht, aber oben stand wieder Schiss. Hä? I don't understand. Ich verstehe. Sicher ist sicher. Ich habe keinen Safe State gemacht. Sicher ist sicher. Mit einem Kampf. Ist niemand mehr fliehen von. Doch, man kann ja irgendwie fliehen. Ja. Critical Lett. Let's go. Chrono. I love you so much. Tsch. Und das Viech ist aktiv. Oh, Mann. Ja, im Endeffekt ist er weg. Ein Gruftaffe steht immer noch da. Und wir sind fast tot. Fast komplett tot. Das gibt es doch nicht. Der Stein ist jetzt doch nicht mehr aktiv. Sehr gut. Chrono ist fast tot. Krass. Gruftaffe. Nee, muss ich dazu nicht mehr sagen. Gruftaffe. Ich denke, das erklärt einiges. Töte ihn. Nein, Chrono, du Honk. Töte ihn. Ja. Jetzt nur das Viech, du ja nur in den Schneeerlauf rein. Du machst keinen Vulkanausbruch. Du machst keinen Vulkanausbruch. Haben wir uns da verstanden? Panruhe. Oder wie du heißt. Nein. Und natürlich auf Chrono. Hast du die Erfahrungspunkte nicht bekommen? Nee, nur 34. Komm schon. Verreck. Was für ein Fight. Yes. Wenn Chrono zuschlägt, ist es vorbei. Ja. Zwei Gruftaffen. 314 Erfahrungsfunktionen. Neun Techpunkte. Zahne halten. Und Leveler für Chrono. Wow. Was war das? Ziemlich kacki war das. Das Dark Souls der Rollenspiele. Nur weil ich zu einer falschen Zeitepoche gereist bin. Ich hab's heute gerne ein bisschen schwer. Vielleicht bin ich doch mal so rüstisch veranlagt. Vielleicht ja doch. Weil das hier kann ich mir anders nicht erklären. Einmal die Mesopanzer. Und dieses Item wird es jetzt ein bisschen carryen. Weil das eine Rüstung ist, die man erst vier später bekommen. Natürlich kriegt er das. Weil er immer vorne steht. Sollte es nun mit die beste Verteidigung kommen. Und sie können jetzt die Titanweste bekommen. Und für Luca haben wir nur das Damenkleid. Das kann auch nicht sein. Den Eisenanzug. Hi. Nein. Warum kommt der jetzt? Scheiße, bin ich geheilt? Ich glaube, ich bin geheilt. Ich hab mich geheilt, ne? Ja. Okay. Immerhin nur, in Anführungsstrichen, alleine. Schlimm genug. Ja, Double Hit. Jetzt fand ich ein Konter mit dabei. Sehr schön. Komm, töte ihn, Luca. Bitte töte ihn. Nein, der lebt noch. Krono. Krono, mein Freund. Hol ihn dir. Yes. Okay, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Wegen des Konters. Boah, diese Grufftaffen, ey. Die sehen schon so richtig verstörend aus. Wie gesagt, das sind Affe, Dämon und alles hintereinander gemixt. Der Eingriff sieht so heftig aus, wie so, als würde er jetzt 150 Schaden machen. Aber wenn der Grufftaffe einmal Bitch Slap macht, ist es gefährlicher als das. Irgendwie weird. Wenn ich mich frage. Critical Hit 212. Überlebt mit 9. Wird aber von Male zum Glück vernichtet. Boah, wie viele Erfahrungspunkte es gibt ja. Leveler Party Deluxe. Was soll ich da anderes sagen? Heftig. Aber nicht schlecht. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn wir diese Erfahrungspunkte mitnehmen. Hi. Elvian Rax. Ich gucke mal, ob die anfällig für Blitz sind. Haben wir so einen komischen Tipp bekommen? Naja. Normal weg. Ich weiß noch, welche Gegner es sind, die anfällig für Blitz sind. Die können wir noch nicht begegnen. Erstmal hierher müssen. Die sind, glaube ich, in den prehistorischen Dungeon, wo wir jetzt noch nicht reinkommen. Ich glaube, ich weiß, welche Gegner es sind. Naja. Früher oder später, wenn wir die kennenlernen, komme ich wieder darauf zurück. Trotzdem ist es natürlich stärker als ein normaler Angriff. Machen wir jetzt weiter damit. Los, locker. Gut. Für die Elf. Energiepunkt, die er noch übrig hat, müssen wir jetzt wirklich nicht zaubern. Sehr schön. Und Marle ist schon wieder fast tot. Sag mal. Die machen das jetzt mit der Aura. Das ist jetzt so eine tolle Aura. Geht da Aura. Ne, leid nicht. Das heilt ja bei weitem Meer. Ich glaube, hier ist so eine Endstation. Hier wird jetzt auch noch nichts getriggert. Weil, wie ich hier nur nicht sein soll. Aber ist das schon Bescheid. Was funkelt da im Himmel? Sehr seltsam. Na gut. Ich würde sagen, ich backtrickere jetzt den ganzen Weg und rate mal, wer wieder da ist. Bis gleich, ihr Lieben. Bis gleich. So ihr Lieben, ich war mal so frei und hab euch den ganzen Weg geschnitten. Weil wir haben eigentlich alles erkundet. Was hat das Ganze jetzt gebracht? Massig Geld, massig Erfahrungspunkte und den Mieser-Panzer. Eine Rüstung, die uns jetzt entscheidende Vorteile gewähren wird. Nein, ich möchte nicht ziemlich zwischen Bergen. Dann nehmen wir den Robo jetzt mit. Ne, eine Runde machen wir noch mit Luca. Ja, und Male bleibt wahrscheinlich immer. Ich weiß nicht. Vielleicht würde ich sagen, Male bleibt immer. Ich weiß noch nicht. Vielleicht auch nicht. Muss mir noch überlegen. Sie ist halt echt eine fantastische Heilerin. Aber ja. Muss ich mal noch schauen, wie ich das mache. Nach Medina. Tausend. Aber die... Da müssen wir jetzt als nächstes hin. Das Mittlerportal wäre, glaube ich, die normale Zeit. Ich bin hier, aber wir wollen jetzt nach Medina. Unsere Hauptaufgabe des Spiels ist es hier jetzt, Lavos aufzuhalten. Und das Portal ist einfach... Königreich von Anya. Im Schrank. Ist eigentlich witzig. Na, du? Ihr seid gerade aus dem Schrank gekommen. Raus hier. Wir sind ehrlich, ohne zu weit gehen, um unseren Schrank zu kriegen. Hau ab! Dafür esse ich dir jetzt noch eine Torte weg. Seid ihr hungrig? Schau, Torte weggegessen. Das hast du jetzt davon. Sekunde. Medina wurde für die Vorfahren der Mystiker gekundet. Die einen Krieg gegen die Menschen verloren. Die meisten Mystiker sind wütend. Auf euch. Menschen. Seid vorsichtig. Ein seltsamer Mann lebt in der Nähe der Berghöhle. Westlich von mir. Besuch den doch mal. Danke. Warum seid ihr so nett? Vor doch die meisten Mystiker Menschen nicht ausstehen können. Menschen und Mystiker kämpfen vor über 400 Jahren gegeneinander. Ich sag mir schwamm drüber. Aber nicht alle scheinen meine Meinung zu teilen. Der scheint wohl nett zu sein, auch wenn er erst Haut abgesagt hat. Ja, nur weil jetzt alle sagen, ja der und der, die und die ist jetzt blöd, sollte man sich immer noch sein eigenes Bild verschaffen. Ganz meine Rede. Komm, wir machen das Verstörenden so zuerst. Medina Platz. Was singen die da komisches? Ja, irgendwas rückwärts, satanistisch. Man kennt's. Was ist das für ne komische Statue? Was sie da anbieten? Ist das dir ein Gott? Oh, Sir Markus. Oh, Sir Markus. Was für ein Hut. Ich hatte niemanden Mut auf. Nicht mal Sir Markus. Wie er singen konnte, hat kein Mut. 400 Jahre ist es her, dass die Borus die Mystiker zum Krieg gegen die Menschen aufrufen hat. Wenn nervös erwacht, sind alle Menschen der Schächter. Und du so, Fetty McFettfett? Ich glaube, wir haben ein neues Ziel. Magus töten, Lavus nie erschaffen lassen. Happy End. Sagen die jetzt gleich nochmal. No. Okay. Viel Spaß euch noch. Mit euren Metal-Stimmen. Ja, für die, die sich mit Metal nicht auskennen. Die haben Freiburg kurz. Ja, wie so ein Dämon. Und die haben eine gute Wahl. Fehlen nur die Pig-Squills. Ja, Pig-Squills ist halt nur... Wui, wui, wui. Kannst du eigentlich keine Wörter mit rausbringen. Ja, ich kann die ganzen Metal-Techniken, ja. Vielleicht nicht super professionell, weil ich Angst wegen Nachbarn habe. Aber für Let's Plays reicht es, ja. Und jedes Girl kann das, wenn man nur die Stimme versteht. Ich muss mich immer rechtfertigen. Sonst kommen wieder Leute. Hä, schaffst du es, solche tiefen Stimmen zu machen? Du cheatest doch. Voice-Transformer. Ich habe tatsächlich schon mal gelesen, dass Leute mir vorherholen haben, dass die tiefen Stimmen mit Voice-Transformer machen. Es gibt schon Voice-Transformer-Stimmen. Nämlich die hier. Das hört mir mal raus. Oder, haha. Oder das hier. Aber sonst alles ist hier. Mit Menschen rede ich nicht. Ihr gebt sich zu Menschen. Macht, dass ihr wegkommt. Please. Ich bin eine ganz Liebe. Ihr wollt's wohl nicht anders. Zeig's Ihnen, Chef. Oh, nee. Das ist der Typ, der so mega viel Schaden austeilt. Wir kennen den. Wir kennen den bereits. Zum Glück hat er nicht getroffen. 109 reicht nicht. Das reicht nicht. Er ist tot. Das sind ja voll die schwachen Marken. Entweder sind wir jetzt komplett overlevel wegen der prästorischen Epoche, aber eigentlich nicht. Das sind ja wirklich Gegner aus der ersten Dungeon. Was soll denn der Quatsch? Wow. So ein Bullshit. Der Chef. Der Chef. Die Büste. Wow. Wait. Also gut. Ich verkäufe euch was. Da war ja noch was. Ja, genau. Die Teufelsklinge für 65.000. Da dachte man, man wäre reich. Ein Tonic. Für 1840. Eine Belebung für 36. Immerhin hat er jeder für 65.000er Stück. Hä. Ich schenke meine Preise auch nicht für euch Menschen. Und das ist dann derjenige, der sich am Ende beschwert, dass er keine Umsätze macht. Herzlichen Glückwunsch. Der verdirbt mir das Essen. Haut ab. Höflich erteilt er kann. Diese Menschen eine Lektion. Der Thämon in mir wacht. Das Problem ist, eigentlich müsste ich vor jedem Let's Play, zumindest was solche Vocals betrifft, solche Synchronstimmen betrifft, ein Vanilleeis essen. Und der Sänger von Ambron de Mars hat mal ein Interview gemacht. Gut, der macht nur gut Urheil. Der hat mal ein Interview gemacht und dort gesagt, dass er immer im Vanilleeis isst. Weil man sonst seine Stimme zerstören kann. Eigentlich ist das voll gefährlich, was ich mache. Vanilleeis oder Kamillentee? Synchronsprecher nehmen eher Kamillentee. Naja. Männchen, haut ab. Hö, seid still. Verkloppt sie. Meinst du, ich habe Angst vor dir? Boah, ich merke schon wie die Stimme. Die Stimmbänder, die tun schon weh. Aber ich kann doch nicht den Monstern so eine normale Stimme geben. Das passt doch nicht. Wenn schon, dann muss man es auch fühlen. Bedeutet? Ich habe gerade jetzt so aufgefordert, dass jeder Let's Player, jede Let's Playerin Metal-Vocals lernen muss für die Monster. Nein, nicht nachmachen. Ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Hilfe! 200 Gold. Nein. Da nutze ich lieber meine Unterkunft. Boah, wir dürfen hier nichts kaufen. Das ist einfach too much. Es ist zu teuer. Wohnhaus. Ach so, da waren wir drin. Und was ist denn das hier? Ältestenhaus. Hey! Dragonball. Das ist einfach mein Thema. Der sieht einfach aus wie so ein Namikianer. Gut, die eigentlich auch, ne? Ossi, der Achte, kommentiert uns, nicht Ossi Osborn. Ja, der Achte, Ossi. Dank des Ruhms seines Vorfahrens. Diese Arbeit ist brutal. Hallo, ich will ja auch nur durch. Du bist also Ossi. Ich bin Ossi, der Achte, oberhalb von Medina. Meine Vorfahren. Ihr großen Magus. Oh, großer Magus. Warum hast du Menschen vor 400 Jahren nicht einfach ausgerottet? Ähm, ich fühle mich hier sehr unwohl. Jetzt wisst ihr, warum ich erst in die prähistorische Epoche gereist bin. Aber das hier, das geht ja auf keinen Kuhhaut. Ein Ungeheuer lebt in der Bärkülle im Westen. Jumalische Angriff kann ihm schaden. Wer keine magische Kräfte besitzt, wird nicht so leicht an ihm vorbeikommen. Aber jetzt räume ich lieber weiter auf, bevor sie der Achte mich erwischt. Schön, nicht die Arbeit, Mann. Schön putzen, oder was? Was soll das? Stimmt, Magiepölen, ihr Lieben. Da war ja was. Das ist nämlich schon die zweite. Und die bekommt alle, die liebe Male. Ja. Was wird diesen Materialien für eine Steinzeit auf sich hatte? Dazu später mehr, wie gesagt. Wenn wir da offiziell hin müssen, dann können wir das auch verwenden. Haben wir schon mal ein bisschen vorgesorgt. Weil die Sachen, die man dadurch bekommt, waren nicht schlecht. Was zum Geist, das? Waldruinen. Gibt's hier als Master Schwert? Ist hier ein Link? Ich höre ihn schon. Was zum Geier ist das? Wir wissen's nicht. Ich hab's tatsächlich auch verdrängt. Ich weiß nicht, wer es damit auf sich hat. Wir merken nur es uns. In Medina, Waldruinen, komischer leuchtender Kristall. Tja, da müssen wir aber wirklich in die Höhlen gehen. Doch erst mal besuchen wir Melchior. Wer aufgepasst hat, weiß, wer Melchior ist. Ist der legendäre Schwertschmied. Den haben wir schon auf dem Festival in Part 1 gesehen. Der hat ja diese teure Magnetklinge. Oh, hallo. Seid ihr an einer Waffe interessiert? Was ist denn schönes? Robin Hood. Oh, yeah. Kartane rot nicht. Ich find Krone ist schon stark genug, aber... Na, der könnte echt ein bisschen stärker sein. Jetzt haben wir Robin Hood. Robin Hood ist in the world. Da haben wir schon 10 Stück von... Ja, lassen wir es erstmal dabei. Waffen gebe ich zu dieser Welt nichts, weil sie zu bestünde keinen Bedarf daran. Was ein trauriger Zustand. Boah, ich bin voll drin im Spiel. Echt. Gut, die nehmen das ja auch alles am Stück auf. Oder die Menüführung, die mir erst noch Probleme bereitet hat, komm ich voll gut mit klar. Lässt sich echt gut spielen. Also, wenn ihr auch neu seid, im Bereich JRPG ist also Krone Triggers ein gutes Einsteiger-Spiel. Jetzt mal ohne Witz. Nicht zu komplex. Und eigentlich ganz gut an der Hand. Aber nicht zu sehr. Ist eigentlich perfekt. Lost Odyssey. Mein Lieblings JRPG. Bisschen heavy. Heckranhöhle. Da ist also diese Magie-Boss. Oh, mein Gott. Jetzt geht's wieder los. Tod. Den Feinden. Und der Mystiker. Es tut mir leid, ihr Lieben. Es tut mir leid. Schaut euch mal die Sängerin von der Ark Enemy an. Die kommen noch tiefer als ich. Irgendwie traurig. Ja, die macht das ja auch hauptberuflich, ich nicht. Male lernt Kraft. Power. Strength. Male lernt Jeremy Fragrance. Ich hab's verstanden. Was ist Kraft? Ach, das ist einfach ein besserer Heilungszauber. Ist okay. Warum ist hier so ein verstörendes Geräusch? Als hätte sich der Sound aufgehangen. Hat er aber nicht. Eta erhalten. Hilfe, ich will hier weg. Danke, dass das Geräusch aufgehört hat. Was bist du denn für einer? Wie in Minecraft so ein Gegner spawnen oder was? Ich hab nie Minecraft gespielt, aber ich kenne halt den Gegner-Spawner. Da hat die Wunderlampe wahrscheinlich sonst ein neuer Gegner spawnen lässt, wird die mein Premier-Spawner. Ich glaube, die ist nur in Magie zu verwenden. Ja. Ja. Die EntwicklerInnen wollen, dass wir die Magie das erste Mal richtig nutzen. Ja. Hätt's gedacht. Oh nein, Krono ist blind. Krono, du blind Fisch. Oh nee. Ja, der trifft jetzt wahrscheinlich nie mehr. Da können wir uns schon mal dran gewöhnen, wenn's einfach heißt, Let's Play Krono Cross. Das Spiel, das daneben hauen ist. Ich sag's euch. Das will ich so auf die Palme bringen. Ist ja wirklich nicht witzig. Ja, aber der Ingezwas, der Zustand ja nicht, äh... Ja, auch nicht von schlechten Eltern. Weil du einfach zu 99% verfehlst. Ich glaube, so extrem ist das hier nicht. Nee. Also. Gut, dass wir nicht in Geldwurst sind. Ihr blöden Octopus. Ihr seid richtige Pussies. Octo. Pussies. Octurouge. C'est français, mon ami. Bonjour. Oh Gott, ich bin einfach die Queen. Ich find mich selbst so lustig. Aber naja. So ist halt, wenn man Spaß hat. Was seid ihr denn? Sieht aus wie Pokémon. Tempe Rape Ruhr. Ich will aber nicht gerapt werden. Haben die Temperatur falsch geschrieben? Oh, ne. Okay. Notiz an mich. Nur mal die nutzen. Dein Maggi. Chani. Boah. Wir sind so overpowered. Weißt du, die ganzen Level-Ups, die Rüstung, die wir bekommen haben. Ihr seht jetzt, ne. Die Gegner machen kaum noch Damage. Aber ganz ehrlich, wenn du Spline spielst, gehst du vielleicht auch erst in die prästolische Epoche, weil voll cool Dinos. Steinzeit. Das ist aber so, so ein Spiel, was viele Genre ist, beziehungsweise Vorlieben bedient. Roboter, Dinosaurier und, und, und. Das ist schon ganz witzig. Chrono Trigger, Weißheit zugefallen. Boah, die Satanschein und mich in die erste Hölle lost. Legend of Dragoon. Aber voll. Wo labert's da fast? Wo der Dart? Wo einer da ins Wasser gefallen ist fast. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, wenn ihr Legend of Dragoon kennt. Oh, ne. Naja. Ich finde das ein bisschen verschwenderisch. Die ganze Zeit mit Magie um sich zu werfen und am Ende festzustellen. Oh, scheiße. Ist ja der Boss. Ich hab keine Magie mehr. Aber gegen die kommen wir nicht anders klar. Er ist der Ex. Normalheit. Ein Damage. Sind wir von morgen noch dabei. Können wir auf Magie verzichten. Voll das Tutorial-Gebiet quasi. Nur zur Magie. Du wirst nicht wollen. Später ist es so, da musst du herausfinden. Sind die eher magisch anfällig? Sind die eher physisch anfällig? So wie es bei diesen Grufftaffen der Feuer war. Geh'n euch euch. Magie ist schon angefangen, die nur 20 Schaden gemacht. Normaler Hit. Richtig reingau'n. Na, Palmen. Na, endlich. Da ist die Granate. Feuerklinge. Eisschwert. Yo. Krono denkt sich so. Ja. Wie viele Level-Hubs wollt ihr? Krono sagt sich. Ja. Ich mag den Sound in der Höhle. Fantastisch. Sehr toll. Ich weiß nicht mehr, was das darstellen soll, dieser Sound. Ich wusste, dass ihr einen Schatz bewacht. Denn ihr seht schon so aus. Wie wahre Wächter eines Schatzes. Ich glaube nur Quatsch. War die auch nur magisch anfällig? Pass auf, die sind jetzt physisch anfällig. Haben die Entwickler mich komplett getreut. Ne. Tatsächlich ist das nicht der Fall. Hätte ich gemacht als Entwicklerin. Hätte ich gemacht. Freeze. Ich hätte aber Lust, hier eine Granate auszuprobieren. Hier hätte echt eine Granate jetzt. Hier eine Palme. Los geht's. Wuscht. Das ist Snake. Halb, was du eine Granate schmeißt, wie Snake in Smash. Voll stark. Hat auch Explosionsradios und so. Ist wirklich nicht schlecht. Nein, die Fledermäuse. Das sind wirklich die Fledermäuse. Oder? Gott, Flatter. Nee, nee, das sind die nicht. Ich wusste es. Auch die sind natürlich anfällig gegenüber Magie. Na gut. Bleiben wir magisch. Habe ich jetzt kein Problem mit. Tierverband war auch wieder Feuer. Verbraucht glaube ich weniger, ja. Napalm verbraucht ein MP mehr ab. Ich wollte euch das mal zeigen. Diese Granate. Hat die einfach eine Granate dabei? Luca? Schon witzig. Trotzdem mag ich Mahler am liebsten von den Girls. So. Bei Mahler ist halt mir sehr ähnlich auch. So vom Charakter. So. Wie schaut es aus? Ich glaube, es soll Wasser darstellen. Das Hintergrundgeräusch. Naja. Magie schon. Magie plus zwei. Ja, Mahler. Ich weiß nicht. Für Mahler ist das glaube ich ganz gut. Andererseits. Oh, die Schleife glaube ich. Die Geschwindigkeit. Was wir dann wieder doch besser finden. Bei sich ist halt die Heilerin. Sie muss immer ready sein. Und Luca hat natürlich das Sichtfeld. Was definitiv sinnvoller ist. Weil dadurch sehen wir die Energie der Gegner. Was ich schon ganz cool finde. Oh. Da kommt es angeholt. Ja, seid ja lustig. Mal gucken. Was ist das hier eigentlich? Ach, das war der Angriff. Oh, das reicht aus. Die sind gegen alles anfällig, glaube ich. Die haben gar keine Resistenz. Ist ja einfach nur knuffig. Toll, oder? Von hier sehe ich jetzt erst. Die haben nur 50 Energie. Was ist denn das? Macht auch kaum Schaden. Na gut, wir sind jetzt schon ein bisschen abgehärtet. Was die Gegner betrifft. Ich sage nur Gruftaffe. So ganz ohne Magie dauert es schon. Gut. Die Unglückszahl hat Ungrück für den Gegner gebracht. Definitiv. Störgeräusch City. Störgeräusch City. Ernsthaft. Ich fäll hier raus. Mag die Höhle nicht. Super Schall. Ha. Fehlschlag. Pechgott. Wenn Luca eher als Mahle dran ist, wovon ich nicht ausgehe, würde ich gerne die Handgranate schmeißen. Machen wir es einfach so. Trifft aber nur einen. Fies. Nicht schlimm. Also um eine Meere zu treffen, müssen die wahrscheinlich super nah aneinander stehen. Anders. Kann ich mir das nicht erklären. Goodbye. Fahr zur Hölle. So, hier haben wir jetzt einen Durchgang. Diese Höhle, ey. Schon düster. Oh, wieder so ein Gegnerspawner. Ich habe dich gesehen. Warum schweißt die Wunderlampe nur Oktopusse raus? Verstehe ich auch nicht. Voll die Pussy. Voll die Oktopusse. Hat er uns tatsächlich Magier abgezwackt? Die Wunderlampe wird mir mal unsympathisch. Ich glaube, wir bleiben mal. Bei dem Magische angriffen. Probieren wir mal, ob das bei denen auch so effektiv ist. Wir sollten uns auch mal bald heilen. Ja, und der Palme trifft beide. Perfekt. Ja. Auch Magier ist gegen die Oktopusse sehr effektiv. Bomm in Stimmung hier. Und verschwendet. Wir bekommen einfach fast nie Level-Ups. Aber eine Steinzahl ist dreifach an Erfahrung bekommen. Seriously, hier ist eine Drohne. Das soll ich mir merken. Oh, cool. Ähm... Ich glaube, da kommt schon der Boss. Ich erinnere mich doch doch hier an was. Ich glaube, hier kommt schon tatsächlich der Boss. Well... That escalated quickly. Komm. Fangen wir mal an nichts rumgeizen. Unterkunft. Los geht's. Sind wir auf der Sicherungseite. Alles wieder hergestellt. Safe State. Und los geht's. Wer wird es sein? Tote Feind der Mystiker. Was bist du? Aber wir haben ja schon gehört, der ist nur anfällig gegen Magie. Der nutzt mal Magie. Schön Feuer. Alles rausballern, was wir haben. Jetzt haben wir wieder voller MP. Sollt ja nicht schieflaufen. Hoffe ich doch mal. Ich meine, andere Levels sind wir definitiv nicht. Ich glaube, wir haben in Medina kein einziges Level abgeneriert. Ah, der ist vom Wasserelement. 24. Ach, wie süß. Machst du jetzt einen auf Mitleid? Du bist ja viel zu knuffig, um vernichtet zu werden. Die Bossen sehen immer so hässlich und diabolisch aus. Jetzt nur eine Witz. In dem Spiel. Finde ich cool. Finde ich wirklich cool. So ein tolles Monster-Design. Gerade das Design finde ich cool. So ein Höhlenmonster. Sieht echt witzig aus. Und natürlich Muskeln, weil Dragon Ball. Akira. Toyama. Boah, der Angriff war brutal. Was war das denn? 86. Braucht der Kronen gleich eine Heilung? Okay. Ich glaube, mein Spott hat dem Ganzen nicht so gut getan. Können wir ganz schnell bitte hier irgendwie Heilung ausspielen? Nein, ist sehr locker. Und zwar hätte ich gerne Kraft. Für Krono. Gucken wir mal, wie gut die Heilung jetzt letzten Endes ist. 337. Die Heilung ist absolut fantastisch. Richtig guter Heilzauber. Also die Braus habe ich definitiv unterschätzt. Haut der einfach so zweimal 80er aus. Na los. Grüf schon an. Wie lange wollen wir jetzt hier noch stehen? Ich will nicht angreifen. Der wollte uns da in irgendwas reinlotsen. Ich glaube, ein Angriff hätte uns hier eher geschadet. Der wollte wahrscheinlich kontern. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Einfach weiter attackieren. Hoffen, dass er bald down geht. In Krono Cross sieht man mal, wenn die kurz vor dem Sterben sind. Hier leider noch nicht. Das ist dann immer eine Überraschung. Wenn die dann sterben. Wenn die dann sterben. Wenn. Wenn. Aber wann. Die hat die Ville einfach nicht. Soll ich das witzig finden? Ich finde es alles anders als witzig. 68. Auf locker. Ach, das war's. Der eine Angriff, der fast 90 Schaden gemacht hat, fand ich witzig. Aber ganz gut durchgekommen. So, und nun? Wenn der größte Markus, der vor 400 Jahren Lovas erschuf, die menschliche Rasse nur vernichtet hätte. Nun wäre die Welt jetzt in die Hände der Mystiker. Meine Stimmenbänder tun weh. Das ist das Problem beim Metal. Wenn man es selber praktiziert. In der mittleren Ära schuf also Marius diesen Lovas, der die Zukunft unseres Planeten zerstören wird. Wenn wir die mittlere Ära besuchen und Marius beseitigen, wird das die Geschichte verändern? Wir können das Tor auf Lenas Platz benutzen. Wir können das Tor auf Lenas Platz benutzen. Das sind meine Freundinnen. Meine Girls. Mein Harem. Ich kann mich leider nicht entscheiden. Oh, nur was habe ich mir Sorgen gemacht. Deine Verurteilung und all das. Mach mir nicht dauernd Kummer. Ach stimmt, da war ja was. Upsi. Die Beug... Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken. Dass er da auf einmal steht. Ob die Beug-Group uns jetzt noch verfolgen will? Ich hoffe mal nicht. Ich will es aber nicht ausprobieren. Ich will nicht zurück zum Schloss. Weil hier... Der Auftrag ist ja klar. Wir sollen zurück... ...zu dieser anderen Zeitepoche mit Marius. Wo die Krieg führen. Ich weiß schon ganz genau, wo wir hin müssen. Das ist jetzt auch nicht die größte Kunst, würde ich mal behaupten. Didi, 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 lasst mich nur ins Zeitportal. Eins, zwei, Zeitportal. Ja. Schwuuu. Du hast mir mal wieder Zeit für Robo. Robo Williams. Ich nenne gerne Robo Williams. Was zum Geil ist das? Zufriedensschlucht. 600 AD. Ich glaube, genau da wollen wir hin. Was ist das hier eigentlich? Protokumpel. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen Zufriedensschlucht. Definitiv. Und das mit Robo. Du darfst mit, Kumpel. Sorry, Luca. I'm so sorry. Was ist eigentlich taktisch unklug jetzt, oder? Der kann ja auch heilen. Jetzt haben wir zwei Heiler. Oh nein. Eine Heilerin und ein Roboter. Ich glaube, ich weiß noch, was ich in diesem Part mache. Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um ein Part zu werden. Aber wir müssen ja jetzt nochmal backtracken durch dieses ganze Friedensschlucht. Das war eigentlich das erste offizielle Gebiet. Sprich, die Gegner sind so langweilig wie ein Dokumentarfilm über Fischerei. Was wir in Erdkunden damals gucken mussten. Da bin ich eingeschlafen im Unterricht. Das waren noch Zeiten. Hä? Ich wollte gerade sagen, sind das neue Gegner? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, die kennen wir. Impexperte, ja noch nichts drauf, außer Zahnbelag. Scheiße, Fritz. Ihr denkt euch jetzt, what the fuck? Doppeldeck gelernt. Ja, schön. Fritz. Wir haben Fritz gerettet vor Guillotine. Ich hätte es fast vergessen. Und das, obwohl es noch die gleiche Aufnahme-Session ist. Euer Girl hat einfach schon Alzheimer. 27 Jahre. Fritz. Was hat es mit Fritz auf sich? Da war doch was. Alle reden von diesem Fritz. Wisst ihr was? Wir sehen uns am Anfang des nächsten Parts einfach genau da, wo ich jetzt rausgegangen bin. Laufen wir nochmal kurz durch. Gegner sind sowieso One Hits. One Hits Wonder. Stevie Wonder. Hä, was? Gott, ey. Ich bin echt... Ich weiß nicht, ich soll Stand-Up-Comedian sein. Komm ich auf so'n Scheiß immer. Fritzi! Da ist er. Direkt Jackpot. Hereinspaziert. Krono, ich verdank dir so viel. Du hast meine Haut gerettet. Mann, saß sie in der Scheiße. Ich ging auf eine Geschäftsreise und wurde mit einer Diebesbande zusammen eingesperrt. Geschäftsreise? Das ist natürlich nicht gerade mal 17 oder so. Die Funktionäre wollen mich ohne eine Verhandlung hinrichten. Die spinnen ja total. Wir stehen tief in euer Schuld. Nochmals danke. Das hier sollte Papa nicht erfahren. Etamid. Zehnmal. Sehr, sehr wertvolles Item. Hey! P-Papa? Hat er mal arbeiten? Äh, natürlich, oder? Äh, ja. Okay, also gut. Wo ist Eater mit? Krono, ich schuld dir was. Ja, dann gib mir auch was und hole dich einfach ab. Krono, zum Geschäft. Bitte kauf, was immer du möchtest. Hast du jetzt neue Waren? Naja. Jein, ne? Die Sachen kennen wir schon von Melchior aus der Medina-Epoche. Ja, aber voll viel haben von diesem Fritz geredet. Und wisst ihr, was wir jetzt noch machen können? Das wird so wehtun. Das wird so wehtun. 13.000 Gold. 13.000 Gold. Falsches Haus. Hier will ich gar nicht hin. Wo war denn der Typ mit diesem komischen Steak? Der war das. Die Ratte. Das war aber Rauchfleisch. Geh mir so weit nicht her. Wohl, versagen wir 9.900. Du hast aber Hunger. Es gab Zeiten, da waren wir reich in Krono, Trigger. Und hier zum Feier. Ich will auch zum Festival. Wir brauchen Fleisch. Wir haben Fleisch gekauft. Das ist das wenigstum mit Blattgold. Für 9.900. Was soll denn der Scheiß? Ich weiß leider nicht mehr, was ich da machen soll. Zagen wir mal 9. Langweilig. Ich weiß nicht mehr, was ich damit machen muss, aber wir haben es. Ich glaube, es hat was mit einer anderen Zeitepoche zu tun gehabt. Vielleicht sind wir da, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Wir haben auf jeden Fall das Rauchfleisch für 9.900 oder so. Wir haben auf jeden Fall über 9.000 ausgegeben für ein einfaches Stück Fleisch. Die Musik passt zu meiner Stimmung. In dem Sinne. Werde ich den Part jetzt, Ben? Ich bin traurig. Ich habe viel zu viel Geld für Fleisch ausgegeben. Die Veganer werden mich dafür haten und verachten. Ist mir aber jetzt egal. Wir können schon mal einen neuen Rahmen auswählen. Und zwar Rahmen Nummer 6. Und hier, speichern wir. Der Held ist da. Yeah. Und der Held hat 9.000 Gold. Gold für ein einfaches Stück Fleisch auszuheben. Daumen hoch. Falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten. Sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure. See you. Tschau. Tschau. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Tschau.